um das so wichtig ist. Hier sind wir jetzt in der Küche, denn die Herberleihprodukte, von denen wir heute reden, das sind natürlich Lebensmittel. Man hält wahrscheinlich die Pulverflüssigkeiten und Snackregeln, die unsere Bestseller sind, die hebt man in der Küche auf. Und wie andere Lebensmittel in der Küche muss man sich um Herberleihprodukte kümmern. Man muss sie frisch und sicher für den Konsum halten. So, jetzt, wie sieht es mit der Produktsegmentierung auf? Bevor man ein Produkt herausgibt, ein Pulverprodukt zum Beispiel, auch Kräutertee-Konzentrat, da sollte man die Behälter schütteln, ein paar Mal schütteln. Bei Herberleih schütteln wir, wir rühren nicht. Warum ist es wichtig, die Pulver zu schütteln vor dem Servieren, damit man hier das Produkt auch ordentlich servieren kann? Zum Beispiel, wenn man Formel 1 aus dem gleichen Behälter verwendet, ohne das zu schütteln vor dem Portionieren, dann kann man das Produkt in weniger Portionen aufbrauchen, als es auf dem Etikett steht. Also immer schön schütteln, bevor man das serviert. Da kann man die Kunden und die Downline viel Geld im Laufe der Zeit sparen.